Ja, jetzt gibt es mal wieder einen Donnerstagskracher vom Olli. Ich muss aber eins dazu sagen, den Dienstagskracher, den habe ich verballert. Also, aber das sieht man mal, man kann ja einen Witz so oder so interpretieren. Also richtigerweise geht er ja so, dass Zicklinde und Samantha sich unterhalten und dann sagt die eine, sag mal, wo hast du denn deinen Mann kennengelernt? Dann sagt sie, du weißt schon, ich bin Apothekerin und er kam zu mir in die Apotheke und hat Kondome in XXXXL bestellt. Und ich habe erst in der Hochzeitsnacht gemerkt, dass der stottert. Und ich habe den komplett verballert. Aber gut, okay. Aber jetzt habe ich einen wunderschönen Maikuskrebs. Mega Hammer. Der Ricobert und der Helmfried sind beim Camping und dann plötzlich abends, nachts sagt der Ricobert, Mensch Helmfried, ist dir mal aufgefallen an dem Nachthimmel, wie wunderschön die Sterne leuchten und der Mond, wie das Mondlicht strahlt. Und weißt du, was mir klar wird? Wir sind ja so klein. Wir sind so klein auf dem großen blauen Planet. Und wie siehst du das Ganze? Dann sagt der Helmfried, du, ich glaube, uns hat einer das Zelt geklaut. Du, ich glaube, uns hat einer das Zelt geklaut. Also, tun mir bitte einen Gefallen. Bleiben gesund, werdet gesund, verlieren niemals den Humor, sonst wird es wieder ernst. Und am anderen Ende war der Olli. Ja. Ja. Scheiße.